So, bist du dabei? Ich bin dabei. So, ich rede jetzt mal mit. So, ich soll dir Hansi sein. Großen Hecht auseinandernehmen, gucken was da drin ist. So, hier ist der Magen. Man glaubt es glaubt. Das ist es. Deswegen haben wir keine. Guck, Hansi. Schön halbverdauter Aal. Voll reingesaugt. Alter Schwede. Und der hat so drin gelegen. So verknickt. So Hansi. Doppelt. Schöner Aal, was wir da haben. 300 Gramm. Guten Hecht. Gut, das war's. Alles klar, schicke ich dir rüber. Bis dann. Tschüss.